Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Juli 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf unter Bilk. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 31 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 580 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020